Am Montag ist das Wetter ein bunter Gemischtwarenladen. Von allem ist etwas dabei. Sonne, Regen, Schnee, trübe, trockene Abschnitte. Mit Regen ist allerdings den ganzen Tag immer mal wieder zu rechnen. Das Ganze bei einem bis sechs Grad. Die Nacht ist trocken und frostig bei Werten von minus ein bis minus zwei Grad. Der Dienstag ist wieder freundlicher und milder. Bei Temperaturen bis neun Grad scheint die Sonne. Am Nachmittag zieht es allerdings zu, es bleibt aber trocken. Am Mittwoch nach Regen am Morgen überwiegend trocken, die Sonne zeigt sich nicht. Es werden aber Temperaturen bis 15 Grad erreicht. Und am Donnerstag Regen und Wind, aber auch sonnige Abschnitte bei bis zu 13 Grad.